Guten Tag und guten Abend, hier sind die neuen BSUs, es entgegen wir den Russen weiter mit Tier 8 mit Radar, aber der Radar ist leider scheiße, so sieht's aus. Tier 8, ihr sagt das Schiff ja nicht, es ist unruhersprechlich, so, Tier 8 hat 73.600 HP, Panzerung 32mm, 3x3 406mm, jawohl, 90km, yay, 19! Es gibt Schiffe ja mehr, ja mehr als 20, 23, 26, geil, gleiche wie bei letztem Schiff, gleicher, äh, äh, gleicher HI-Damage, 41%, aber die AP-Schein geht viel mehr höher, 13, 13, 13.100, aber wieder 33 Sekunden Reload, warum haben die plötzlich so hoch und immer hohen Reload-Zeit? Weiß nicht, aber das war von Anfang an irgendwie so weit hin, ja, keine Ahnung, offensichtlich. Alles auf Tier 9 kann man die Zeit erst reduzieren, leider. Äh, 180 Grad Währung, 30 Sekunden, Streuung 252 Meter. Äh, HE und AP Geschwindigkeit sind 793 Meter. Sieg mal im Wert, gleich. 29 Klotenschnell, Oplette Schiffsdrehung, 950 Meter. Ruderstellzeit 13,7 Meter. Ich finde, die Ruderstellzeit bei den Russen ist echt geil, sie sind eigentlich schlecht, würde ich mal behaupten. Das geht, ich glaube, das ist jetzt aber auch nicht überdurchschnittlich. Nö, aber ist brauchbar, würde ich mal behaupten. 12,8er, was ist denn das bei den Deutschen, das ist die Bismarck-Ruder-Stellzeit 12,8 hat meine. Mit Ausgaben, mit Modul? Aber ich habe ein Modul eingebaut, ja. Ja, okay. Mit Modul kann man ein bisschen verbessern, aber Tarnwert 15,5. Yay. Reichweite 19. Yay. Geil. Aufklingungsflugzeug, 13,9, ein Pfeil von Nebel, das ist ja kein Schwein, aber jetzt kommt auf einmal Anteer. Wo kommt die Anteer weg? Keine Ahnung, die letzten Schiffe, wo wir präsentiert haben, gibt kein Anteer. Keine Ahnung, warum? Die haben einfach keine. Die haben keine Anteer, ich habe keine Ahnung, warum die keine Anteer haben. Oder haben sie vergessen. Die Seite ist auch von Facebook, wurde auch von Facebook auch alles geliebt. Es steht 1-2-1 auch so da drin. So, aber, wie gesagt, Radar-Partner-Mannschaft und Radar gegen Battleship und Fusche-Träger. Hä, was ist das? Was soll das? Macht das Sinn? Nein. Warum? Es keinen Sinn macht. Weißt du, warum das keinen Sinn macht, Chuck? Weil Schlagschiffe meistens sowieso offen sind. So sieht es aus. Ich habe keine Ahnung, warum. Wie gesagt, es ist alles wirklich progress. Es kann, die Sets kann sich noch alles ändern. Aber, warum gegen Schlagschiffe und C-Vs? C-Vs wird eh irgendeinen Dämmen aufmachen. Schlagschiffe sind permanent offen. Ich habe keine Ahnung, was Wargames sich darüber gedacht hat. Und es kann sich ändern, dass es nur gegen andere Schiffe geklastert wird. Aber es kann sein, dass es so bleibt. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Und wird sich dann auch noch zeigen. Genau. Ich meine, im Sturm zum Beispiel kann das nachher ganz schön stark sein. Aber wir wissen nicht, welche Reichweite das Radar kriegt. Das ist das Problem. Ja, eben. Es kann sein, dass ich die Radarreichweite von den Kreuzern bekomme. Die Radar von Kreuzern werden gebufft. Die kriegen alle 12. Es kann sein, dass wir auch 12 Kilometer bekommen. Oder wir kriegen mehr. Oder weniger. Oder weniger. 15 Kilometer. Oder doch mal 10 Kilometer oder 8 Kilometer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Wargames sich mal gedacht hat. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen komisch. Keine Ahnung. So, wir fangen mit Tier 9 an. Anach 88.100 HP hat das Schiff. Und 32 Millimeter. 3x3, 409. Reichweite 19,4. Hey, ich sehe es besser. Wie viel hat das andere? 19. 400 Meter mehr. Geil. Macht das so einen Sinn? Nein. Bin ich so leicht, leicht, ja, skasmisch? Oder also mal so leicht, äh, wie ein... Sarkastisch. Ja, danke. Ähm, ja. Ja, irgendwelche Nachteile müssen die ja haben. Ich meine, die haben den höchsten Lebenspool, ne? Ja, aber wie wir es schon aufgemacht haben, die Russen haben mehr HP wie die Deutschen. Die Russen, die Russen haben komischerweise alles irgendwie besser. Keine Ahnung warum. Ja, bis auf die Streuung. Die Streuung ist sehr extrem. Der Sigma-Wert ist, ausführungszeichen, eher beschissen. Er hat die Sigma-Wert von der Asache. Ich habe der Asache gespielt. Es gibt Leute, die finden der Sigma-Wert auch ganz okay. Aber, ich habe die Asache gespielt. Das ist für mich das Fahne-Schrotflinten. Irgendeine Kugel trifft doch mal die Zitatelle. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Aber, die HE-Damage geht komischerweise wieder runter. 5.800. Abwachschonzen 14. Nice. Ähm, Abpäscher 13.250. Reload hat 33 Sekunden. Aber durch den Ab-T9 kann man die Relo-Zeit reduzieren. Äh, ich glaube, bei Kufis sind das immer ein paar 2 Sekunden, 3 Sekunden glaube ich. Kommen ungefähr auf 30, 30 Sekunden ungefähr um den Dreh. Okay, Turmgeschwindigkeit sind 30, äh, komplett 30 Sekunden. Ähm, Streuung, glaube ich, Streuung ist gleich, oder? Ja, Streuung ist ein bisschen mehr. Auch nicht viel. Dafür sind die, die Kugeln schneller unterwegs. Die Kugeln? Ähm, ja, die Kugeln sind schneller. Vor allem sind die Kugeln, das sind gleiche Geschwizung, die werden schneller? Hä? Wann ist das an Sinn? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur den Sinn, dass sie endlich schneller werden müssen, als bei den Deutschen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warte mal kurz. Weil ich habe nämlich festgestellt, bei den Deutschen sind die Geschütze schneller. Ja, und, aber beim Neuner, beim Friedrich, sind sie jetzt nur bei 810 Meter bei den Deutschen. Kannst du gucken, was für Fiat Pool der HP der Kurfürst hat? Blatt ausgebaut? Der Kurfürst oder der Friedrich? Der große Friedrich. Friedrich der Große hat, ähm, 72.500, ne, warte kurz, äh, Entschuldige, 84.300. Mhm. Und der große Kurfürst hat 105.800. Genau. Das heißt, die, die meisten HP, ich sag mal, HP, Anführungszeichen, werden jetzt von Russen jetzt abgelöst. Das heißt, die Russen haben mehr HP. Minimal mehr, was macht auch die Kugeln nicht fett. Die schießen immer irgendwas mit 20, unter 20 Kilometer. Na ja. Sollen wir nix bei Rauschen sein. Wie, ähm, 830 pro Meter für beide Geschütze, sieht man, wird es ja gleich. Äh, 28 Kiluten schnell. Kompletten Schiffsdrehung, 900, äh, 950 Meter. Ruderstellzeit 14,9, also geht schon ab so mehr, aber Tarnwert 16,7. Das wird ab so höher, der Tarnwert. Gleich ab, vor ein paar Nebel, 16, und es gibt wieder, ähm, Flugabwehr. Nice. Nicht viel, aber etwas. Das gleiche, Radar, Schlachtschirfe, pfff, nix besonderes mehr. Jetzt kommt der Highlight der 10er. Wie gesagt, der Kurfürst wird abgelöst von den Russen. Äh, 108 HP, bei Quetschte, 32 Millimeter Panzerung. Jetzt kriegt er das Ding, Geschütze, von der, äh, Conqueror. Yay. Aber 48% Abwachchancen, yay. Das ist wahrscheinlich eine HI-Schürfe, was das für ein Dall ist. Keine Ahnung. Ach, das glaube ich nicht, weil die, die werden die nicht auf ein Viertel Penetration setzen, und damit macht es keinen Sinn, mit dem Ding HI zu schießen. Nicht bei 6.600 Schaden, nee, lohnt nicht. Du, es gibt Leute, die sehen das, ach, Abwachchancen, bei Video, 48%, ach, deswegen kann man bestimmt mit HE-Bio ganz gut ballern. Nein, kann man nicht, deswegen macht 5.000, 15.500 HP-Schaden. Deswegen ist das blöd, schon reinste HP-Schiff. Aber, 34 Sekunden Relozeit, yay, warum 34, auf einmal, hä? Hä? Fall gar nicht auf, äh, hä, macht das dann Sinn? 33 Sekunden, 31, okay, größtes Kaliber. Ähm, pfff, gleicher Sigma-Wert? Keine Ahnung, aber 800 Geschwindigkeit, bei den beiden Granaten. 30 Kiluten schnell. Äh, 1.190, komplette Schiffsdrehung? Äh, okay, das Ding muss ja übelst groß sein. Ähm, wie groß ist der komplette Schiffsdrehung, oder einmal ein Schiffsdrehung, wie groß ist da ein Ruderstellzeit? Ähm, bei wem? Großer Kurfürst. Ich bin bei, äh, bei 1000, äh, 1100. Das, ähm, kannst ja meinen, also im Wendekreis ist bei mir 1050. Ein Kurfürsten. Und Ruderstellzeit ist bei mir abnormal hoch mit 19,4. Okay, dann ist der Russen besser, äh, Äh, 16,3. Boah, das Ding muss ja fast so groß sein, wie der Kufis sein. Ich hab' re... Wenn nicht sogar größer, vielleicht ist der HP-Pool das aber auch größer. Ja, deswegen, alter. Das Ding wird ja abgelöst, okay, das wird ja abgelöst von den HP, ja. Das Ding muss ja übelst groß sein. Hm, weiß man nicht. Aber sonst haben wir jetzt 17, boah, 70 Kilometer, boah. Aber nur 20, genau gleiche Reichweite Kuhfürst. Ist doch schon etwas ekelhaft. Flugabwehr, hat bisschen, ich denke mal, die 130 Millimeter ist die Secretary. Das Ding hat, ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß echt nicht, wie man die Russen spielt. Komplette auf Flugabwehr. Das Ding hat bisschen Flugabwehr, aber nicht viel. Das, kannst du... Ja, ich glaube, auf Flugabwehr spielst du die nicht. Ja. Die spielst du halt auf... Überleben, denke ich mal. Ich denke mal, wirklich auf Überleben. Aber ich meine, leider ist das ja inzwischen sowieso so, wer spielt nicht... Die werden doch fast alle auf Überleben gespielt. Der passt egal, welches Schiff. Aber jetzt kommt der Highlight, der Tier-Acht-Schiff. Und das Premium-Schiff. Premium-Schiff Tier-Acht. Ich spreche den Namen nicht aus, weil ich den Namen nicht aussprechen kann. Ich werde jetzt so... Wieso ist es die Lenin? Ja, aber ein gemein. Ich habe jetzt die meisten Namen... Das ist fast unmöglich auszusprechen, man. Der Achter sieht aus, wie sieht die aus? Genau, Nelson. 1 zu 1 Kopie von den Nelson, willst du auch sagen, oder? Ja, von der Optik her auf alle Fälle, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt von allem her wirklich eine Kopie ist. Ja, sieht für mich aus, 1 zu 1 für die Nelson. Der ist ein bisschen anders, aber es ist ein Klon. Wie gesagt, nicht direkt, nicht so vergleichend ein Klon, aber er sieht nach einem Klon aus. Gleiche Trainingsgeschütze wie vorne. Es kann sein, dass die britische Royal Navy das Schiff oder Baupläne nach Russland verfracht hat. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Das Schiff hat, wie gesagt, fast so viel wie... 360.200 HP. Panzerung 32 mm ist, glaube ich, eher die Deckpanzerung. 3x3 ist 406 mm. 18,4 Kilometer. Gleiche... Ach so komische Zahlen, ey, mein. 41% Abwachchancen, 13.100. Damage mit der AP, 33 Sekunden. Die haben ja übelst lange Ruhe, 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 das ist doch unnormal. Das ist irgendeine... Umdrehzeit, 30 Sekunden. Komplette Schussstreuung, 245. AP, 794. Ich runde es ein bisschen auf, ich runde gerne ein bisschen Zeit auf, das ist gleiche AP genauso, pro Meter. Siegwahlwert ist das gleiche. 28 Kloten schnell, mhm. Ähm, komplette Ruhe, einmal Schussstreuung, 840 Meter, ist schlecht. Ruhe, da stellt es 13,5. Da wird 16, 16, äh, oh, Alter. Das sind doch offene, das sind doch offene Backsteine, ja. Äh, äh. Joa, joa, ist schon nicht so gut, um das mal freundlich auszudrücken. Ey, ich glaube, auf diesem Schiff kannst du keinen Teilungsmeister und Teilungsmodus nicht einbauen. Wenn, kommst du, höchst du auf 14, 14 Kilometer Talwert und das war's. Ich glaube, das Schiff kannst du nicht auf Talwert nicht spielen. Das ist unmöglich, irgendwie mal. Na gut. Ja. Aber selbst wenn, ist die Frage, ob man das nicht so weit verbessern muss, zwangsläufig, um das überhaupt spielen zu können, das Ding. Aber. Weil der jetzt in der derzeitigen Meta, ähm, hast du, wenn du auf 16 Kilometer aufgehst, eigentlich schon gar keine Chance mehr, überhaupt noch irgendetwas zu reißen, glaube ich. Deswegen, das Schiff kriegt ja Repeturmannschaft, Reuenteilung, Kabeljubotjäger und Radar, was total unnütz ist. Aber wie gesagt, alles work und progress, es kann sich noch alles ändern. Die Staten sind ja nicht direkt offiziell, es kann sich noch alles ändern, es kann sein, die wissen da, hier und dort wissen, was, was geschraubt werden. Aber wie gesagt, es sieht ziemlich sehr interessant aus, die HP werden von den Russen jetzt bald abgelöst, von den Deutschen. Also sie sind immer allgemein besser mit den HP, ähm, der Sigma-Wert ist allgemein scheiße, vom 3er bis zum 10er. Es sind alles identisch, es kann sein, die Sigma-Wert, bestimmte Schiffe ein bisschen angepasst werden, ein bisschen besser. Wo die Ersatz gespielt habe, der Ersatz war so OP gewesen, mit dem Sigma-Wert, das hatte ich meine, das war jetzt 1,9 gehabt. Wo haben sie reduziert und ich fand das Ding einfach eine Strutflinte. Es ist nur meine Optik, aber ganz ehrlich, das Radar, wie man so so sagt, das Radar wird, das Radar wird eh bald überarbeitet, aber was meinst du, was du siehst mit dem ganzen Radar eigentlich? Ist das Radar eigentlich brauchbar? Ich habe keine Ahnung, ich sehe dort nicht, dass das brauchbar ist, aber das wird sich dann zeigen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Nee, deswegen. Dann kommt ja auch darauf an, wenn das Radar eventuell weitergeht als die Aufdeckungsreichweite von denen ist, dann... Ich denke mal, irgendwo Einschnitte müssen die Schiffe schon haben. Aber ich denke mal, es kann sein, die 12 Kilometer bekommen die Schiffe, also mal die Schlachtschiffe, oder die kriegen ein bisschen mehr. Ja, es soll ja Schlachtschiffe und Flugzeugträger aufskauen, ja. Ich habe ja Sinn, die aufhören, wir haben backsteinige Schiffe, ja. Ja, die müssen ja im Grunde ein bisschen mehr Radarreichweite haben, ja. Es kann mir gut vorstellen, Schlachtschiffe und Flugzeugträger, ich denke mal, boah, Schlachtschiffe sind immer offen. Aber ich denke mal, es könnte auch eventuell auch Kreuze dazu reinklatschen, auch noch. Nicht nur, sagen wir mal, die Zerstörer werden nicht gespottet, aber die Kreuze, weil die viele Kreuze stehen auch gerne hinter der Insel. Du brauchst du einmal Radar drücken, pop, siehst du die ganzen Schiffe, außer die Zerstörer. Die werden nicht, die Radar, nicht erfasst, aber die müssen ja irgendwie auch, irgendwie Radar wird, keine Ahnung. Es kann sein, die Zerstörer nicht betroffen sind, aber die restliche Klasse. Die sind ja eh dabei, die Radar eh zu ein bisschen zu ändern. Deswegen, schreibt eure Meinung dazu, wie ihr die russischen Schlachtschiffe findet. Was ich so besetzt gesehen habe, Reloadzeit ist sehr heftig. Dazu noch um die kurze Reichweite, boah, da wird man sehr hart gefokust. Flugkaffee haben die Schiffe schon, aber nicht doll. Kommt auf Wann, wie Damage ist. Die Kaliber sieht schon relativ groß aus, 25, 37, 37. Es kann sein, die Flugabwehr schon viel Damage machen, weil ich habe ja, mein Kufe ist auch auf Flugabwehr geskillt und die macht nicht viel Damage, aber da schießt man schon relativ viel Flugzeuge ab, wenn man zu Schießen kommt. Aber sonst... Das Lustige ist halt, bei 180 Grad Wendung der Türme, 30 Sekunden, ab dem 8er auf alle Fälle, oder ich glaube sogar schon, ab dem 7er, 30 Sekunden, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht für ein Schlachtschiff. Dann hast du hier noch... Warte mal, was wollte ich gesagt haben? Hier, da hast du... Dann hast du relativ hohe Nachladezeit, dafür immensen Schaden mit den Geschützen, also DPM-mäßig. Weil du halt trotzdem relativ hohen Schaden hast, was allerdings auch an der Größe der Geschütze liegt. Die sind schon gar nicht mal so klein. Das kann schon ordentlich scheppern, wenn du mal triffst. Besonders der 10er, da geht der Geschütze von den Conqueror. Ich denke mal, das ist so eine Antwort für den Conqueror, denke ich mal. Übrigens steht hier unten drunter noch, für die sowjetischen Schlachtschiffe der Stufe 8 bis 10 wurde ein Überwachungsradar in drei Steckplätzen hinzugefügt. Er hat die folgenden Eigenschaften. 15 Kilometer Reichweite, Schlachtschiffe und Flugzeugträger können entdeckt werden. Ah. Zweimal Überwachungsradar 1 und dreimal Überwachungsradar 2 kann mitgenommen werden. Nachladezeit 370 Sekunden und 180 Sekunden mit dem Überwachungsradar 2. Dauer 40 Sekunden bei Tier 8, 50 bei 9, 60 bei 10. Ja, okay, mit relativ weiterem Radarreichweite lage ich ja nicht fest. Ich habe das unten gar nicht mehr überachtet mehr. Ich denke mir mal, die Kreuze werden auch noch dazu gezählt. Schlachtschiffe macht hier überhaupt keinen Sinn. Die Schlachtschiffe sind ja permanent hier offen, weil die am Schießen sind. Kreuze schießen nur dann, wenn sie wirklich sicher sind. Dann schießen die. Ich vermute, die Kreuze werden auch noch dazu reinkommen. Aber wie gesagt, alles noch weltbegräßt. Wir wissen es nicht. Wir können es nur Vermutungen machen. Aber ich habe es vorausgesagt. Oder, Schak? Ja, ja. Wobei, das ist ja jetzt doch was anderes als das, was du vorausgesagt hast. Ja, aber ich habe gesagt, die russischen Schlachtschiffe kriegen Radar. Und das kriegen sie auch. Ja, nur komisch ein Radar. Das ist überhaupt nicht richtig brauchbar. Das ist eigentlich ein kompletter Müll eigentlich. Meine Meinung. Naja, gut. Sagen wir es mal so, ne? 15 Kilometer Reichweite. Also, meine Iowa geht bei 12,2, glaube ich, erst auf. Und bei dem Motina ist 13,2. So, und dann musst du dir überlegen, ob du jetzt jemanden, du kannst jemanden radaren, der eigentlich bei 12,2 erst aufgeht. Sag mal kurz, ich gucke gerade mal, ja, 12,2 geht sie auf. Und das ist schon übel, wenn du da gerade abdrehst, weil du dir denkst, ja, ich bin ja noch 13 Kilometer weit weg. Und auf einmal kriegst du ein Radar um die Ohren gefeffert. Das ist schon nicht so geil. Ja, klar. Aber ich denke mal, die Kreuze, wenn ich mir auch noch dazu berechne, weil die Polizien-Schaden kriegst du von Kreuze. Die Schlagschiffe sind nebenbei, aber wieso sind wir, wenn alle Kreuze auf einen Punkt schießen, dann bist du auch weg. Ich denke mal, ist nur meine Vermutung, die Kreuze könnten Wendel auch dazu, immer noch zu Gesellen-Zerstörer nicht. Ich denke mal, viel zu stark wäre, es wäre viel zu heftig. Siehst du einen, du bist ein, 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 du klickst, bam, Radar. Ja, dein Team sieht das an und die rotzeln gleich auf den Zerstörer drauf. Das wäre ein bisschen doch, sie ist ein bisschen zu stark. Das wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, es war jetzt wirklich befreit. Es kann möglich sein, die Kreuze dazu gerechnet werden oder nicht. Das ist alles Wargaming-Gedankenspiel. Aber ich vermute, weil die schon angepriesen haben, ich vermute mal, Ende Sommer, so ungefähr, Ende des Jahres kommen die wahrscheinlich die russischen Schiffe, so ungefähr in den Sommer um den Dreh, denken wir, wenn die kommen. Angepriesen sind die ja schon, ich denke mal so, Gamescom oder nach die Gamescom, weil letztes Mal sollten die die Kreuze, ich meine den Baum von den Kreuze, aber die haben ja keiner, haben wir auch Vermutungen, sagen wir mal, auch ein bisschen gedacht, die kommen in den Gamescom, aber die kann man jetzt nach den Gamescom, keine Ahnung warum, es kann sein, die russischen Schiffe nach den Gamescom oder mit den Gamescom kommen, weiß man nicht, aber... Oder vielleicht schon mit dem nächsten Patch, wer weiß das schon? Ja, musst du sehen, es... Also nicht mit 0.8, sondern mit dem danach. Meinst du, 9.0 oder 10 Punkt? Keine Ahnung, wird sich zeigen. Ich denke mal zwei Patchen. Wir haben in letzter Zeit so komische Entscheidungen getroffen manchmal, echt merkwürdig. Der CV, wie wir kommen, kommt auch bald durch, die UK-Fußträger haben es auch schon angekündigt und ich denke mal, nachdem die ganzen rausgebracht haben, ich denke mal, dann kommen die russischen Schlagschiffe. Ich vermute bald, die Italiener werden bald dran sein, was meinst du, die Italiener, was meinst du, Kreuze oder Schlagschiffe? Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, dann erst die Kreuze. Aber ich weiß es nicht, wird sich zeigen, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wirklich die Italiener die Nächsten sind oder ob sie jetzt erstmal die Flugzeugträger, ich glaube fast, sie werden erstmal versuchen, die Flugzeugträger zu balancen, dann kommt wohl erstmal noch ein bisschen was an Flugzeugträgern dazu. Aber kein fester Baum erstmal und dann mach's hin. Sag mal, ich vermute, ich gebe auch Vermutungen, ich denke mal, Ende des Jahres kommen immer noch die äthinischen Kreuze, weil die Äthiner, die haben nur drei Premium-Schiffe und da ist bis jetzt noch gar nichts. Ich denke mal, da kommen da Zerstörer, weil die haben schon ein Zerstörer-Premium-Schiff auch schon angekündigt. Ich vermute, es können sein, die Zerstörer kommen bei den Äthiner oder die Kreuze erst. Meistens war so, die Zerstörer waren die meistens eher dran. Aber weiß man, ich denke, ich denke mal, ungefähr Ende des Jahres kommen die Äthiner. Ist nur eine Vermutung. Aber ich sehe schon langsam, das Video wird genau zu lang. Schreibt eure Meinung dazu, zu den netten, coolen Gimmicks, was die Rüsten haben, mit dem geilen Reload. Und mit dem geilen HP und dem geilen Radar. Yeah, Radar, wow, wird keine Mensch haben will. Haut rein, bis nächstes Mal, tschüss, tschüss. Tschüss.